Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein Video über Verstecke für Hamster, worauf man achten muss und welche geeignet sind. In diesem Video habe ich mich übrigens auf der Seite Getzo umgeschaut. Ich wollte aber noch mal sagen, dass das Ganze keine Werbung ist. Die erste Kategorie ist einmal ganz normal Verstecke. Das erste war so ein Grasnest. Grasneste sind ein super abwechslungsreiches Versteck. Sie gibt es in verschiedenen Größen und verschiedenen Formen. Für Mittelhamster sollten die Eingänge mindestens 6,5 und für Zwerghamster mindestens 5 cm aufweisen. Ein paar Maßnahmen, was Größen oder Streuhöhe usw. angeht, kann aber von Hamsterhilfe zu Hamsterhilfe variieren. Durchgänge, die kleiner sind, würde ich aber auf keinen Fall empfehlen. Bitte passt auf, dass die Grasnester, die ihr kauft, ohne Drähte geflochten sind. Diese können nämlich eine Verletzungsgefahr darstellen oder auch mal rosten. Als nächstes geht es weiter mit Holzverstecken. Bei Holzverstecken muss natürlich auch wieder auf Eingangslöcher geachtet werden. Hier ist doch ganz wichtig, dass ihr keinen Verstecker aus Nadelholz nehmt. Vor allem auch nicht das Holz mit der aufgeklebten dunklen Rinde. Ihr kennt bestimmt Laufräder oder auch Häuser, die mit solcher dunklen Rinde beklebt sind. Und das ist für Hamster einfach total ungeeignet. Das Ganze wird nämlich oft mit Nagelpistole und Heißkleber verarbeitet und hat auch meist zu kleine Eingänge. Die Inhaltsstoffe des Heißklebers sind zumeist unbekannt und an den Nägeln können sich Hamster verletzen. Dazu kommt, dass Nadelholz harzen könnte und somit Backentaschen oder Atemwege verkleben könnte. Schaut bitte also vorher nochmal drüber, welche Holzart euer Versteck hat. Solltet ihr nicht wissen, ob dies jetzt Laub oder Nadelholz ist, könnt ihr einfach nochmal recherchieren. Holz wie zum Beispiel Mankrofen oder Mopani-Wurzeln sind ebenfalls nicht geeignet. Wenn ich mal ein Video über geeignete Holzarten für Hamsterdrehen soll, schreibt das gerne in die Kommentare. Nun kommen wir zu Beschäftigungsverstecken. Das bedeutet also Verstecke mit Futter, wo sich die Hamster das Futter selber erarbeiten müssen. Dabei sollte natürlich darauf geachtet werden, dass das Futter auch geeignet ist und vor allem, dass auch die richtigen Mengen eingehalten werden. Möhre zum Beispiel ist nicht für Zwerghamster geeignet, aber dafür für Mittelhamster. Kommen wir nun zu der Mengenangabe. Ich zum Beispiel würde jetzt nicht empfehlen, ein großes Möhrenhaus in das Gehege zu stellen. Der Hamster könnte ja zum Beispiel zu viel auf einmal essen und Möhren sind ja zuckerhaltig. Deswegen ist das nicht gerade gesund. Ich würde es eher mal als Abwechslung in den Auslauf stellen oder so. Strohverstecke sind übrigens nicht für Hamster geeignet, da diese Strohhalme sehr spitz sind und damit haben sich schon Hamsterbackentaschen und Augen verletzt. Wir kommen nun zu der nächsten Kategorie und zwar Keramikhäuser. Keramikhäuser gibt es auch in verschiedenen Formen und Farben und außerdem sind sie super gut für den Sommer als Abkühlung. Der Hamster kann also entscheiden, ob er gerade im Keramikhaus sein möchte oder eben nicht. Die Keramikverstecke sind ziemlich schwer und deswegen solltet ihr sie vom Unterbuddeln sichern. Das bedeutet, dass ihr sie einfach zum Beispiel auf eine Holzebene stellt und dann können sie da auch nicht irgendwie untergraben werden. Nun kommen wir zur letzten Kategorie und zwar Röhren und Tunnel. Zuerst zu den Korkröhren. Ich mag Korkröhren und Tunnel sehr, sehr gerne. Sie gibt es in verschiedenen Längen und es ist wirklich ein sehr gutes Material. Es gibt auch noch weitere Holztunnel und Röhren. Hier ist halt auch wichtig, dass man wieder auf die Holzart achtet. Nun gibt es hier noch solche Heutunnel oder Weidentunnel mit Heu gefüllt. Heu und Weidentunnel sind ebenfalls eine gute Abwechslung. Es gibt aber auch die sogenannten Weidenbrücken. Diese sind zwar ein gutes Versteck, aber da gibt es auch eine kleine Gefahr. Hamster können nämlich mit den Pfötchen in den Lücken von Weidenbrücken hängen bleiben. In der Natur wären sie in so einer Situation Beutetieren schutzlos ausgesetzt. Deswegen knabbern sie sich dann selber die Füßchen ab, um wieder freizukommen. Deswegen sollte man die Lücken von Weidenbrücken immer mit so nagerfreundlichem Holzleim und zum Beispiel Moos absichern. Ein guter Satz sind zum Beispiel Haselnussbrücken. Ich glaube, da sind diese Stöcke einfach gerade und deswegen entstehen da meistens nicht solche Lücken. Nun kommen wir zu Frodus verstecken. Hier habe ich einmal so eine Felsenhöhle. Dann hat er so ein Keramikversteck. Da kann man auch den Deckel abnehmen. Das Dübelversteck hat eine Freundin von mir selber gebaut. Nochmal vielen Dank. Das finde ich richtig, richtig schön. Dann hat Frodus eine Buddelschale mit Maisgranulat. Und da ist auch so eine kleine Überdachung. Deswegen zähle ich das jetzt mal als Versteck. Ich habe einmal hier noch so ein Keramikversteck. Auf dem Merkmalhaus stehen. Und das gleiche habe ich noch. Es ragt hier so aus dem Streu vom Boden aus raus. Dann habe ich noch ein selbst gebasteltes Dübelversteck. Außerdem habe ich noch zwei solche Weidenbrücken als Übergänge integriert. Hier hat Frodus noch eine Birkenröhre und eine Korkröhre. Und hier noch eine aus Keramik. Zu guter Letzt hat Frodus noch ein Kokosnussversteck. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Video.